Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. WTF. Wenn Entwickler eine Übergangslösung bauen, bleibt der Windows-Dialog 30 Jahre unerwartetes. WTF-F. Eine Übergangslösung wird zum Dauerprovisorium. Windows-Dialog bleibt 30 Jahre unverändert. Unerwartetes WTF. Eine Übergangslösung wird zum Dauerprovisorium. Windows-Dialog bleibt 30 Jahre unverändert. Autor Anita Farke. Veröffentlichungsdatum 30.6.24. In der dynamischen Welt der Technologie, in der Veränderungen und Upgrades an der Tagesordnung stehen, zeugt eine Sache von einer seltenen Kontinuität. Der Windows-Dialog. Eine Softwarekomponente, die seit nun schon 30 Jahren unverändert geblieben ist. Die Übergangslösung, die zum dauerhaften Begleiter wurde. Ursprünglich als Übergangslösung geschaffen, hat der Windows-Dialog die Jahreszahlen und zahlreiche Windows-Updates überstanden. Diese Softwarekomponente ist ein Dialogfeld, das in vielen verschiedenen Programmen und Anwendungen eingesetzt werden kann, um Benutzereingaben zu erhalten oder Informationen anzuzeigen. Eine Lektion in Softwareentwicklungspraxis. Einige Argumente sprechen dafür, das Alter der Softwarekomponente in einem positiven Licht zu sehen. Der Windows-Dialog hat bewiesen, dass er stabil, zuverlässig und mit vielen verschiedenen Programmen und Anwendungen kompatibel ist. Er ist eine Art Veteran der Softwarewelt. Jedoch wirft die Tatsache, dass die Übergangslösung zu einer Dauerlösung geworden ist, auch einige Fragen zur Softwareentwicklungspraxis auf. Warum wurde eine Komponente, die als vorübergehend markiert war, nie ersetzt oder aktualisiert? Lag es an Ressourcenmangel, fehlender Priorisierung oder einfach an der Tatsache, dass die Komponente gut genug funktionierte? Zukünftige Implikationen Unabhängig von den Gründen kann die Langlebigkeit des Windows-Dialogs eine Warnung für Entwickler sein. Es unterstreicht, wie wichtig es ist, klare und sorgfältige Entscheidungen bei der Implementierung von Softwarekomponenten zu treffen. Übergangslösungen sollten nur verwendet werden, wenn sie ausreichend getestet wurden und es einen klaren Plan für eine dauerhafte Lösung gibt. Ebenso ist es für die Nutzer ein Beweis dafür, dass auch in der sich ständig verändernden Welt der Software einige Dinge konsequent bleiben können. Vielleicht ist der alte Windows-Dialog nur ein Beispiel für den Spruch Never change a running system, der in der IT oft zu hören ist. Doch trotz seiner Beständigkeit und Zuverlässigkeit stellt sich die Frage, ob es nach 30 Jahren nicht doch an der Zeit wäre, den Windows-Dialog in den Ruhestand zu schicken und durch eine modernere und flexiblere Lösung zu ersetzen. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.